Das sind sie, die sechs neuen Glocken für den Hildesheimer Dom. Festlich geschmückt warten sie auf ihre Weihe. Ab sofort vervollständigen die sechs das bisherige Geläut und erweitern den tiefen Klang der sechs alten Bass- und Tenorglocken um höhere Alt- und Sopranklänge. Alle Glocken tragen die Namen von Glaubenszeugen, die im Bistum verehrt werden. Martin von Thur, Bischof Altfried, Hedwig von Schlesien, Oliver Planket, Nils Stehensen und Edith Stein. Für den Hildesheimer Bischof Norbert Relle ist ihre jetzige Weihe ein erster Auftakt zur Wiedereröffnung des sanierten Doms am 15. August. Welch ein stimmungsvoller Abend. Es ist schon heute dieser Gottesdienst der Glockenweihe so etwas wie eine Verheißung auf die kommende Herrlichkeit, wenn der Dom sich wieder wirklich öffnet, die Türen und wir den Dom wieder mit unserem Lobpreis erfüllen können. Herr des Himmels und der Erde, segne diese Glocken, die dein Lob künden. Weihwasser, Weihrauch und Krisamöl. Damit weihte und salbte der Bischof die sechs neuen Glocken. Und dann brachte Glockengießer Albert Bachert sie das erste Mal öffentlich zum Klingen. Die Sachverständigen waren sehr zufrieden, zumal drei der Glocken ganz unkorrigiert sind, also ohne jede Nachstimmung praktisch auf den Turm kommen. Da sind wir auch ziemlich stolz drauf. Die ersten Töne der neuen Glocken nur ein Vorgeschmack auf den künftigen prächtigen Klang. Ich freue mich auf dieses volle Geläut, zumal ich etwa 80 Meter von hier entfernt meine Wohnung habe. Und ich kann die Fenster dann öffnen und höre dann die Glocken. Hunderte Menschen aus dem ganzen Bistum waren auf den Hildesheimer Domhof gekommen, um das seltene Ereignis mitzuerleben. Erstmal bin ich vom Eichsfeld, zweitens war ich bei dem Glockenguss in Karlsruhe auch anwesend. Ja, das erlebt man ja nicht alle Tage, dass man hier eine Glockensegnung mitbekommen kann. Und dann gleich sechs Glocken. Das fand ich schon sehr aufregend und ganz schön, sehr feierlich. Ich finde es schön, dass man die Glocken so aus der Nähe nochmal betrachten kann, weil wenn man die später hoch in den Dom hinaufzieht, dann hört man sie nur noch und sieht sie nicht mehr. Und deswegen finde ich das schön, auch bei so einer Weihe mal dabei gewesen zu sein. Und das feierten die Besucher nach der Weihe mit einem kleinen Fest auf dem Dom. Am kommenden Morgen bereiteten Spezialisten die sechs Glocken, die ausschließlich durch Spenden finanziert worden sind, für ihren Einzug in den Westturm des Doms. Die Knoten mussten sitzen. Immerhin wiegt die größte der sechs Glocken 850 Kilo bei einem Durchmesser von 110 Zentimetern. Die kleinste bringt es immerhin noch auf 180 Kilo. Dann ging's per Kran hinauf in den Glockenturm, wo Gunther Gläser und Elmar Seifermann sie in schwindelnder Höhe in Empfang nahmen. In den nächsten paar Wochen müssen die sechs Neuen aber noch schweigen. Erst im Juli werden sie im Glockenstuhl aufgehängt. Ihren ersten großen Auftritt haben sie dann am 15. August.